So, jetzt soll ich noch mal Zeit, wenn ich anfange zu arbeiten. Kommen wir her, Gari. Morgen. Ist sie für meine gute Seele hier? Ja. Wir wissen mittlerweile genau, rot ist meistens das Aldi. Da ist das zum Beispiel, wenn jetzt eine Nektarin in der Packung schlecht ist, die anderen können sie ja noch verwahren, das braucht die Kunden natürlich nicht. Ja, das ist richtig. Und dafür sind noch die Gruppen, darum das speziell auch noch mal ausgedeckt. Das ist ein Friapoli-Gemühl. So, warte, ich muss noch nach unten. Das ist endlich ein eingeschriegtes Triebier. Alles klar, jetzt haben wir auch an. Ja. Wie viel haben wir denn? Zwei. Zwei nächste Band. Schön. Und wie setzt sich Ihre Kundschaft zusammen? Kann man das sagen, mehr türkische oder mehr deutsche oder auch gemischt? Im Moment ist es mehr Tür gemacht, aber langsam kommen die auch an die anderen rein. Okay, für das, was ich für die Tafel tun, wir tun auch weiter. Ja, wenn du dann über zweieinhalb Jahre machst, Helmut, dann merken wir doch, dass wir da eine gewisse Erfahrung nachher sich. Dann tun wir das los rein. Wo wir natürlich richtig absahnen, ist Montag, Dienstag, am Wochenende und da sind noch Sachen, die sind noch relativ, dann noch zwei, drei Tage halbbar.